Heute Morgen steht wieder etwas Aufregendes auf dem Programm. Die Schafe kommen jetzt ins Winterquartier und ich sehe gerade, dass es auch allerhöchste Zeit wird und allerhöchste nicht. Aber sie sind jetzt an das Heu gegangen. Das haben sie jetzt gefressen. Das heißt, so viel Gras steht jetzt hier nicht mehr. Und ja, wir werden jetzt spazieren gehen. Ich habe fleißige Helfer dabei, wir haben alle Westen da an. Und los geht's. Das habe ich euch ja schon erzählt, ne? Ja, darf ich vorstellen? Betsy, die Fans. Ach, hier. Sie, ja. Links ist Betsy, ne? Hier ist Harald. Rechts ist Anna. Richtig, Harald. Den hatte ich auf dem Video. Harald. Ist ja kläglich dagegen. Es wird spannend. Ich habe ja normalerweise immer die Zahlen dabei. Ah, ja, ja, genau. Aber so ein bisschen behalten wir uns noch über für gleich. Okay. So, jetzt. Betsy einmal anleihen. Ja, guck mal. Ja, ja, ich habe den Eimer. Ich weiß. Du machst das auch. Ne? Ist Betsy groß? Ist das deine Größe von allen? Ja. Kannst du den Eimer einfach über den Zaun stellen. Okay, aber dann lassen sie dich nicht mehr in Ruhe. Hier vorne. Da habe ich den gestreut. Das ist gut. Ja, ne? Ich dachte, ich glaube, das ist ja auch nicht so schön. Das ist ja auch nicht so schön. Ich glaube, das ist ja auch nicht so schön. Es läuft alles gut. ist aber nichts geworden jetzt wird es aber wieder schneller es ist schon direkt angekommen ist das gut bei euch nicht dass er gleich ja das ist ganz frisch Schöner Empowern, ne? Du, hast es geschafft?